Mercedes treibt die Elektrifizierung der Flotte weiter voran und deswegen sehen wir hier auf der IAA erstmals die Plug-in-Hybride jetzt auch für die kleinen Fahrzeuge, wie zum Beispiel beim B250e oder beim A250e. Das Spannende ist, diese Fahrzeuge können rein elektrisch rund 70 Kilometer fahren, das heißt ich kann zum Beispiel in der Stadt rein elektrisch unterwegs sein und der Vorteil ist die Batterien sind auch sehr schnell wieder aufzuladen, es dauert unter zwei Stunden für eine Ladung von 10 hoch auf 100 Prozent. Trotzdem sind sie nicht langweilig, denn wir haben hier Fahrwerte, Beschleunigung von 0 auf 100 bei rund 6,5 Sekunden, ein Topspeed von rund 235 und ich denke, so macht Stroman Spaß. So neben mir ist jetzt Benjamin Kehler, Leiter E-Drive at Mercedes-Benz Vans. Benjamin, wir stehen jetzt hier vor dem Serienfahrzeug Mercedes-Benz EQV. Kannst mir sagen, für wen ist das Auto? Das Auto ist im Prinzip für die gleichen Kunden, die heute auch eine V-Klasse kaufen, also zum Beispiel so wie ich Familienvater auf der einen Seite, bis hin zum Shuttle, Limousine, vielleicht Richtung Ridesharing, was in der Art. Was unterscheidet ihn vielleicht von einer normalen V-Klasse? Also rein optisch unterscheidet ihn schon mal was von der V-Klasse. Wir haben einen eigenen Kühlergrill designt und entwickelt, es gibt ein eigenes Felgendesign. Im Interieur gibt es einige Akzente, die wir gesetzt haben, haben so ein paar roségoldene Ziernähte, Zierelemente. Wir haben aber auch MBUX in das Fahrzeug gebracht. Für mich das coolste Feature ist eigentlich, dass wir den Innenraum überhaupt nicht eingeschränkt haben. Also die Batterie ist so im Unterboden untergebracht, dass ich eine 6er-Bestuhlung realisieren kann, aber auch eine 8er-Bestuhlung. Ich kann die Sitze drehen, ich kann einen Tisch einbauen. Also das heißt, der Kunde hat keinerlei Einschränkungen im Vergleich zur V-Klasse. Wie sieht es eigentlich mit der Reichweite aus? Genau, das ist eins der Highlights. Also als Batteriefahrzeug haben wir hier eine Batterie mit 100 Kilowattstunden Energie installiert und die ermöglicht eine Reichweite von über 400 Kilometern. Und da kann das Fahrzeug über eine DC-Schnittstelle mit 110 kW in 45 Minuten von 10 auf 80 Prozent wieder hochgeladen werden. Mercedes macht ernst, wenn es um das Thema geht, Elektromobilität tatsächlich auf die Straße zu bringen. Und deswegen ist hier auf dem IAA-Stand in Frankfurt das echte Highlight, ganz klar die neue Vision EQS. Also quasi die S-Klasse unter den Elektrofahrzeugen. Und was das Fahrzeug auszeichnet, darüber spreche ich jetzt mit Gordon Wagner. Das Konzept ist Bow statt Box. Also wir haben nicht mehr eine 3-Box-Limousine wie bei einer S-Klasse, sondern wir haben ein Bogen. Futuristisches Konzept. Das Auto sieht sehr zukunftsorientiert aus, es sieht sehr effizient aus, aber es sieht natürlich auch, wie immer, super sexy aus. Also wir kombinieren die Schönheit mit einer Effizienz und bringen die in so eine ganz neue Proportion. Langer Radstand natürlich für den Battery Pack dazwischen. Das Auto bringt dann auch innen unheimlich viel Innenraum Platz durch dieses Package und ist wirklich das erste Mal die Möglichkeit, ein reines Purpose-Elektor-Auto zu machen. Verantwortung ist dort unheimlich wichtig, Sustainability, Effizienz. Aber Schönheit ist dabei immer zeitlos. Deshalb alles, was wir immer tun, wird immer durch Schönheit, durch Sex Appeal geprägt sein. Neben mir ist jetzt Drummond Chakoy von der Entwicklung bei AMG. Und Drummond, meine Frage ist ganz klar, ihr zeigt hier den AMG als GLB. Kannst du mir ein bisschen was zum Auto im Allgemeinen und zu dem AMG im Speziellen sagen? Ja, gerne. Also wir haben hier einen kompakten SUV. Kompakt heißt er von der Abmaße her, aber bietet im Innenraum wahnsinnig viel Platz, bis zu sieben Sitzplätzen. Auf der AMG-Seite machen wir einen GLB 35, das heißt sieben Sitze und Performance aus Erfalterbach. Wir haben unser Vierzylinder-Turbomotor mit 306 PS, variables Allradsystem und das volle AMG-Paket, was Bremsen und Fahrwerk angeht. So, ich habe jetzt mal hinten den neuen GLB-Platz genommen, um zu gucken, wie viel Platz ist hier eigentlich wirklich. Und Fakt ist, hier kann selbst ich halbwegs bequem sitzen. Das liegt aber daran, der GLB hat mit einem Radstein von 2,83 m tatsächlich rund zehn Zentimeter mehr Radstand als die neue B-Klasse und das merkt man deutlich. Außerdem wichtig, den gibt es optional mit einer dritten Sitzreihe. Hinten allerdings, die beiden Einzelsitze sind dann doch nur für Personen bis rund 1,68 m Körpergröße, zumindest wenn es halbwegs bequem bleiben soll. Jetzt sind wir beim GLE Coupé. Das wurde nämlich bearbeitet und bei AMG denke ich, ist auch ein bisschen was passiert. Was genau habt ihr jetzt bei AMG bei diesem Fahrzeug verändert? Genau, also es ist ein komplett neues Auto. Und wie man von außen sieht, haben wir unsere typischen AMG-Merkmale. Wir haben unser neues Gesicht, unser AMG-spezifischer Grill und vom Motor her haben wir unser Sechszylinder-Turbomotor, drei Liter mit elektrischen Zusatzverdichter, ein vollvariablemtes Allradsystem und als Sonderausstattung haben wir unsere elektrische Bankstabilisierung für dieses fahrdynamische Erlebnis. Und wann kommt das Fahrzeug auf den Markt? Wann ist es bestellbar? Bestellbar ist es noch in diesem Jahr, Auslieferung dann im neuen Jahr. Wer sich für einen neuen Smart interessiert, der kann den heute nur noch elektrisch kaufen, denn es gibt ihn nicht mehr anders. Und Mercedes zeigt hier auf der IAA den neuesten Smart, also eine Überarbeitung des bestehenden Modells. Und was sich getan hat, was der neue kann, was ihn unterscheidet, darüber spreche ich jetzt mit dem Verantwortlichen der Marke. Der steht hier zum ersten Mal, ist die Weltpremiere. Gleich beim ersten Hingucken sieht man sofort ganz neue Front. Wir haben die Front komplett überarbeitet, die kommt jetzt Ton in Ton. Wir haben ganz neu die LED-Scheinwerfer in dem Segment, absolut einzigartig. Wenn wir das Interieur überarbeiten, ein riesen Ablagekonzept neu gemacht, die Mittelkonsole neu gedacht. Wir haben jetzt im Frühjahr das neue Navigationssystem mit dem größeren Display und der erstmalig auch der Möglichkeit mit Apple CarPlay das Telefon mit ins Auto zu nehmen. Beratet sich beim Thema Antrieb, Reichweite noch was er kann oder Lademöglichkeiten? Wir haben die Chance im 7,2 Mod zu laden an der Haushaltssteckdose. Dreieinhalb Stunden von 10 auf 80 Prozent. Mit dem Schnelllader an Bord geht es noch schneller. 40 Minuten, 22 Kilowatt ist das Auto voll geladen. Ein riesen Vorteil, gerade für ein Stadtfahrzeug, wo die Strecken meist nicht so weit sind, die gefahren werden, aber das Fahrzeug öfter am Tag bewegt wird. Das war es hier von der IAA 2019 vom Stand von Mercedes. Und ich finde, man hat hier ein ziemliches Feuerwerk abgeliefert, was die Neuerungen angeht. Und tatsächlich mein echtes Highlight hier ist klar die neue Studie, das Konzept oder die Vision EQS, die Zukunft der elektrischen S-Klasse. Aber ich finde zum Beispiel auch den EQV, den Transporter als elektrisches Fahrzeug spannend, denn als Familienvater bietet er enorme Vorteile. Doch jetzt freue ich mich tatsächlich darauf, dass ich die neuen kleinen Plugin-Hybride fahren darf. Und deswegen sage ich Tschüss aus Frankfurt.